Yo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Runde Plants vs Zombies Garden Warfare 2, natürlich immer noch in der Beta, wie man oben rechts erkennen kann und wir spielen heute die Eisorange mit dem Froststrahl, eine ziemlich geile Variante, ich liebe Eisvarianten allgemein, denn einfrieren ist natürlich ein großartiger Vorteil. Und wir sind hier auf dem Mond, Nazi Zombies auf dem Mond, ouch, was war das, oh hier drüben, der ist schon tot, oh nein, ich hasse die Wichte, ich hasse die Wichte, aber trotzdem mit dem hier werde ich fertig, ich werde hier schon von allen Seiten bombardiert, ich habe kein gutes Gefühl, ganz und gar kein gutes Gefühl. Moment, hier drüben ist Heilung, hier drüben ist Heilung. Und die Heilung brauche ich nicht. Dieser Mann braucht seine Heilung. What the? Wer schießt hier? Der Kleine da oben macht so einen Schaden? Irgendeine andere Variante, keine Ahnung welche. Dann rollen wir mal los. Und stopp, hier wären wir schon. Hier ist eine extrem geile Stelle, um zu campen. So, erstmal das hier wegholen und ich werde hier schon wieder bombardiert. Mann, die Wichte sind wirklich eine Seuche. Sind einfach eine Seuche, die Dinger. Zack, hier, weggeholt. Und da drüben ist der nächste Wicht. Dr. Freeze. Halte durch, halte durch, halte durch, halte durch. Irgendjemand nimmt sogar einen. Das sieht man gerne. Erstmal hier das Schild aktivieren. Ah, ich mag die Orange. Also, die macht schon Laune. Schon nicht schlecht. Aber die Wichte sind halt mega mies. Kosmo. Der Kosmo-Strahl hat mich hier weggeholt. Und wir rollen los. Und wir geben Speed. Und wir jumpen. Und wir jumpen erneut. Boom. Go, 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 go. Wir nehmen es ein. Wir haben es eingenommen. Sehr gut. Au. Ich glaube, das war der Papagei. Komm schon, der kann doch nicht mehr leben. Riesenvorlage. Ich mache die ganze Arbeit und irgendjemand kassiert wieder. So, wie wir das eben kennen. Ah, der Vogel ist down. Sehr gut. Cesar. Citrona. Wir haben den ersten Garten eingenommen. Er wurde schon erledigt. Heilung wäre nett. Ich würde mich sehr über ein wenig Heilung freuen. Das Schlimmste sind halt die Wichte. Aber die Orange allgemein ist wirklich richtig geil gegen den Wicht. Weil sie verdammt gut funktioniert gegen den Mech. Denn sobald der Wicht in seinem Mech drin ist, hat er gar keine Chance. Weil wir haben EMP und EMP legt natürlich die Elektronik lahm. What the? Achtung. Pirat, Pirat, Pirat. Vorsicht. Was ist das hier? Eine Duplone? Oh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Oh, ich habe ihn eingefroren. Wer hat mich gekillt? Der hier kam von hinten. Mit seinem Trommelfellfetzer. Weil ich hätte den Piraten jetzt weggeholt. Wenn der gefroren ist, kann er ja nicht mehr angreifen. Egal. Bowling Mode. Bams. Und ich bin tot. Was war das schon wieder? Eine Rakete. Gut. Eine Rakete. Ich verstehe. Ich verstehe, Freunde. Alter. Raketenwahn. Ich bekomme ja nur noch auf die Fresse. Also hier in der Folge werde ich gerade wunderschön zerlegt. Achtung. Achtung. Die Dinger sind so mies. Schaut euch mal an, wie weit ich weg stand. Und trotzdem wäre ich beinahe draufgegangen. Durch den Wicht. Haben schon eingefroren. Oh Mann, 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 Mann. No. No. Ich bin tot. Da kommt der Wicht und macht seinen Instant Kill. Also so stark ist leider der Froststrahl auch nicht. Ich glaube, die Standardvariante ist ein bisschen stärker unterwegs. Ich bin drin. Ich nehme ein. Wo ist die Unterstützung? Wo ist die Unterstützung? Komm schon, Team. Der zweite Garten. Hier darf noch nicht Schluss sein. Wir können das hinbekommen. Ich glaube an euch. Aber die Zombies machen wirklich einen guten Job. Achtung. Da kommt ein Wicht. Schön. Oh, jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. EMP. Yes. Garten eingenommen. Alles klar. Jetzt kommt der Wicht und zerlegt mich wahrscheinlich. Und hier den nächsten noch weggeholt. So muss das laufen. Genau so muss das laufen. Das war eine schöne Aktion. Das wäre wirklich eine richtig schöne Aktion. Noch irgendwas am Leben hier? Nein. Gut. Dann. Ballmodus. Ballmodus. Und wir fetzen durch. Okay. Hier drüben sehe ich schon wieder jemanden. Oh. Eingefroren. Oh. Ey. Nur eine Vorlage. Wieder eine Vorlage. Wieder eine Vorlage. Wieder eine Vorlage. Ein Schild. Keine Energie mehr. Mir geht hier der Saft aus. Oh. Wieder nur eine Vorlage. Also im Vorlagen machen bin ich wirklich absolut phänomenal. Da oben stehen sie. Alles klar. Die sind auch erledigt. Boah. Gehst du weg? Gehst du weg, du Typ? Nein, 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 nein. Oh. Hier drüben hin. Bam. Ah. Shit. Ich habe ihn nicht mehr bekommen. Was hattet ihr noch? Ah. Mehr als genug. Ey. Der Code-Hacker ist so eine krass überpowerte Waffe. EMP. Du bist lahmgelegt. Und zerstört. Das meine ich. Die Zitrone ist wirklich die Antwort. Oder die Orange. Ich sage immer Zitrone. Weil ich glaube im Englischen heißt das Ding Zitrone. Citrus. Die ist auf jeden Fall die Antwort auf den Bich. EMP ist halt richtig gut. Gegen den Bich. Ey, ey, ey. Was ist das hier? Dankeschön. Okay. Machen wir hier mal die Kugel und gehen rein in die Base. Kann ich hier drüben ein bisschen Heilung mitnehmen? Die machen hier voll die Front. Schöne Taktik. Schöne Taktik. Au, 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 au. Achtung. Gut. Nein. Oh, da war eine Mine im Feuer. Ich habe die eben gerade gar nicht gesehen für einen Moment. Ah, Mann. Was hatte der noch? 4%. Oh, ich habe heute wieder Glück. Mega, das Glück. Halte durch. No, 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 no. Ich bin tot. Da wollte ich sozial sein und gehe drauf. Sei niemals sozial, die Dreckschleuder. Mal sehen, ob wir den Laden hier erobern können. Vorsicht. Wow. Kanone, 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 Kanone. Dynamit. Das Dynamit explodiert. Gut zu wissen. Das hier drüben auch. Ey, die kann man anzünden. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Richtig cool. Okay, sowas ist wirklich eine geile Idee, wenn... Wenn man irgendwie mit der Umgebung Schaden machen kann. Und von hinten irgendwas Derbes. Boah, ein Sturmgewehr. Auch mal wieder nett. Dadurch drauf zu gehen. Ich sehe, wir haben den Teleport. Es wäre schön, wenn wir diesmal bis ins Finale kommen. Damit wir mal die finale Etappe hier sehen. Denn die ist wirklich cool. Hat natürlich ein Minispiel am Ende. Oh, wow, wow. Immer da, wo ein Wicht ist, ist auch noch ein weiterer. Und hier wieder Sturmgewehr. Gute alte Sturmgewehr. Oh, jemand nimmt ein. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Na, komm her, du kleiner Scheißer, du. Oh, Gott. Ich hasse die Dinger. Man kann Wichte nur hassen. Oder auf Wichte bekommt man so einen richtigen Hals. Kommt schon, Leute. Wir müssen durchbrechen. Achtung! Gut. Yes. Yes, sehr gut. Hyper, hyper. Boom. No, no, no. Ich bin fast tot. Kommt schon, Leute. Nehmt einen mit mir. Und ich bin tot. Ich hatte auch gar nichts mehr. Go, Pflanzen, go. Wir haben noch eine Minute und wir sind schon fast durch. Es fehlt zu wenig. Es fehlt zu wenig. Schön. Was ist das? Was ist das? Ey, der kleine Wicht hat so eine krasse Kanone? Fuck you, Wicht. Boah. Super Ultra Ball. Oh, wenige Sekunden ist es hier schon vorbei. Ah, sie geben nochmal alles. Oh, nochmal hier drin. Gib mir eine Verlängerung. Ach, komm. Wir waren drin und es gibt keine Verlängerung. Ey, das ist so mies. Das ist so mega mies. Wir waren hier drin. Und wir haben keine Verlängerung bekommen. Ich hoffe, dass es in der Vollversion anders sein wird. Denn wir hatten wirklich nicht eine Sekunde mehr. Es stand auf null. Wir waren noch zu zweit oder sogar zu dritt da drin. Und es gab gar nichts. Sind wir das? Möglicherweise. Mal sehen, wo stehen wir denn? 22 Kills? Nein, das waren nicht wir. Wir haben hier gar nichts bekommen. Aber trotzdem, es war eine geschmeidige Runde. Wir haben hier mal die Eis-Variante von der Orange gesehen. Ich finde sie cool. Wirklich macht Laune. Muss man sich aber so ein bisschen einspielen, bis man die richtige Taktik drauf hat. Schade, dass wir nicht weitergekommen sind. Na gut, Leute. Hinterlasst eine Bewertung. Das würde mich freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und... Tschüss!